Hallo, ich bin die Igram und ich bin Studioleiterin im zweiten Bezirk am Austria Campus. Heute zeige ich euch unsere Drinkbar und unsere Relax-Angebote. Kommt mit mir mit. Hier sind wir auch schon bei unserer Drinkbar und wie wir auch alle wissen, ist ausreichend Flüssigkeit beim Training sehr wichtig. Wir haben hier Elektrolytgetränke, außerdem Wasser mit und ohne Kohlsäure. Mein absolut Lieblingsgeschmack ist Erdweiler-Baba. Und das mische ich gern mit noch ein bisschen Wasser. Weil ich jetzt gut erfrischt bin, zeige ich euch unsere Solarin. Und hier sind wir auch schon. Hier sind wir im Solarium und Solarien geben dir nicht nur einen wunderschönen Teint, sondern steigern auch dein Vitamin D3-Gehalt. Das heißt, nach dem Training kannst du dich sozusagen hier ein bisschen sonnen und komplett erfrischt dann in Richtung Massageliege gehen. Und hier sind wir schon bei der Massageliege. Mein Favorit. Die Massageliege ist ein Wasserbett und ihr werdet mit Wasserwellen massiert. Außerdem hat das Bett eine Temperatur von 37 bis 38 Grad. Es ist gut und vorbeugend gegen eine Muskelkarte zu agieren. Es strafft euer Bindegewebe und regt eure Durchblutung an. Am Ende eines Trainings die Massageliege zu verwenden und sich draufzulegen, ist einfach Entspannung pur und das spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr herkommt und es selber ausprobiert. Und für weitere Informationen stehen euch unsere Kollegen an der Rezeption jederzeit gerne zur Verfügung. Tschüss und bis bald!